Neue Indizien für Leben auf dem Mars. Asteroideneinschläge lösten dort eine Tsunamiwelle aus. Ist damit das Rätsel um die Mars-Oberfläche gelöst? Jetzt bei Clixoom Science & Fiction. Ja, Forscher haben es herausgefunden, und zwar, dass der Mars vor 4,3 Milliarden Jahren von zwei Asteroiden getroffen wurde. Nicht gleichzeitig, sondern im Abstand von etwa ein paar Millionen Jahren. Zu diesem Ereignis kommen wir gleich nochmal. Aber schauen wir uns mal den Planeten etwas genauer an. Der Mars ist einer unserer nächsten Nachbarn im Sonnensystem. Und schon lange stellt sich die Menschheit die Frage, gibt oder gab es Leben auf dem Mars? Ist der Mars vielleicht sogar der Planet, der der Erde am ähnlichsten ist? Wie ist die Oberfläche des roten Planeten entstanden? Also wie erdähnlich kann der Mars gewesen sein? Sieht er doch ganz anders aus als unser Planet. Aber obwohl der Mars nur halb so groß wie die Erde ist, gibt es gar nicht so viele Unterschiede zu unserem Heimatplaneten. Der Mars hat eine Atmosphäre, auch wenn sie nur wirklich sehr dünn ist. Zum größten Teil nämlich 95,9 Prozent besteht sie aus Kohlenstoffstickoxid. Jahreszeiten hat der Planet auch. Und ein Tag dauert etwas mehr als 24 Stunden. Aber es ist sehr kalt auf dem Mars. Im Mars-Sommer können die Höchsttemperaturen schon einmal auf 20 Grad Celsius steigen. Die Durchschnittstemperatur liegt aber bei etwa nur 50 Grad Celsius, also minus 50 Grad. Schaut man sich die Bilder der Mars-Oberfläche aber an, könnte das auch eine Aufnahme einer Wüstentopographie hier auf der Erde sein. Und Wasser, die Essenz des Lebens, scheint es dort oben auch zu geben. Die NASA-Raumsonde Mars Reconnaissance Orbiter, kurz MRO, hat beispielsweise Spuren von Salzhydraten gefunden. Ein Spektrometer, genauer gesagt das Kompakt-Renaissance-Imaging-Spektrometer, zeichnete Infrarotwellen im Bereich von 1,9 Mikrometern auf. Diese Wellenlänge ist typisch für Salzhydrate wie beispielsweise Magnesium-Perchlorat. Im Wort Salzhydrate versteckt sich auch schon die Sensation. Hydrate sind Stoffe, die meistens Wasser enthalten. Das heißt, diese Salzrungstände müssen in Verbindung mit flüssigem Wasser entstanden sein. Es gibt also auch jetzt noch flüssiges Wasser auf dem Mars und davon gab es wohl auch mal deutlich mehr. Das Team der NASA Curiosity Mission fand im Oktober 2015 nicht nur Salzhydrate, sondern ganze Seen. Herzstück der Mission Curiosity ist der gleichnamige Rover, der seit drei Jahren die karge Landschaft des Mars untersucht. Die auf Fotos entdeckten Seen sind zwar nicht mehr in einem Zustand, den wir hier auf der Erde kennen. Sie sollen sich aber früher in einem ähnlichen Zustand befunden haben, wie eben hier auf der Erde, also mit Wasser. Vor rund drei Milliarden Jahren hätten diese sogar rund 10.000 Jahre auf dem roten Planeten überdauert. Dieser Fund könne die These, dass es früher einmal Leben auf dem Mars gegeben hat und jetzt auch die neue These bekräftigen. Tsunamis auf dem Mars. Und jetzt sind wir wieder beim Einstieg des Videos angelangt bei den zwei Asteroiden. Forscher haben kürzlich im Fachmagazin Nature über Megatsunamis auf dem Mars berichtet. Vor rund 4,3 Milliarden Jahren hätte es auf dem Planeten Mars eine kolossale oder genau zwei Naturkatastrophen gegeben. Diese zwei Asteroiden sollen im Abstand von ein paar Millionen Jahren in den damals noch existierenden Ozean gestürzt sein. Die Folge, ein gigantischer Krater mit einem Durchmesser von rund 30 Kilometern jeweils. Dieser wurde in den Ozeanboden geschlagen und darauf folgte jeweils ein Megatsunami. Dieser Tsunami soll dann Bruchstücke der Oberfläche noch bis zu 500 Kilometer weit getragen haben. Und das eben genannte Szenario hätte sich dann eben auch beim zweiten Einschlag abgespielt. Beim Rückgang hätten die Wassermengen mehrere Meter breite Spuren gezogen. Diese Furchen würden noch heute den Meeressaum der früher bestehenden Gewässer zeigen. Eine Küstenregion oder einen Saum, wie der, der jetzt in den Regionen Christ, Planitia und Axidalia, Planitia entdeckt wurde, könnte tatsächlich zuvor noch nie gefunden werden. Wie seht ihr das? Was glaubt ihr formte die Marsoberfläche? Waren es tatsächlich die Wassermengen oder könnten es Sonnenstürme oder die Marsatmosphäre gewesen sein, die die Oberfläche geformt haben? Lasst uns darüber in den Kommentaren diskutieren, was habt ihr darüber erfahren und schreibt mir auch eure eigenen Vorschläge in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert, Klickzoom ist ja kostenlos und ansonsten bis dann. Bleibt dran.